Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute Julia dabei. Hi Julia! Wir haben uns gedacht, dass wir heute mal ein neues Thema aufgreifen und zwar Kind vs. Teenager, weil uns da so einige Dinge eingefallen sind, die da auf jeden Fall unterschiedlich sind. Wir haben das Ganze in zwei Teile aufgeteilt. Das bedeutet, ihr findet noch weitere Szenen auf meinem Kanal. Das verlinken wir euch aber dann am Ende. Am Ende. Am Ende. Wir wollen jetzt auch nicht lange drumherum labern, also viel Spaß mit dem Video. Yay! Mami, bitte, bitte darf ich einen Kinderriegel. Ich hatte heute noch gar keine Süßigkeiten. Also nur drei Schokobongs und eine Gummibärchen-Tüte. Aber das war geil. So viel bitte, bitte, Mami. Ja, okay, Julia. Du darfst noch einen Kinderriegel essen, aber das war es dann auch. Ja! Mama, 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 bitte, bitte, bitte. Oma und Opa. Und Tante und Tante und Onkel und so. Eine Postkarte schicken. Ich will unbedingt eine Postkarte schicken. Ja, natürlich. Können wir gleich machen. Ja! War eigentlich gerade voll schön. Ich kann echt mal eine Snapchat-Story machen. So. Nee. Sehr gut. Oh, nein. Mama. Oh, Mann. Scheiße. Mal auf, ich ging dieses Scheiß-Ecke. Oh, das regt mich. Oh, das regt mich so auf. Oh, nein. Oh, alles ist gut. Ich stehe ja schon auf. Okay, erst mal fertig machen. Ah, da geht noch ein bisschen. Noch schnell die Augen bauen. Oh, scheiße, wenn mein Haar ist schlurig aus. Wie spät ist es überhaupt? Scheiße. Scheiße, was ziehe ich überhaupt an? Oh Gott, oh Gott. Nein, nein. Oh, Mann. Warum habe ich nur Scheiß-Klamotten in meinem Schrank? Oh, na, scheiß drauf. Oh, Mann. Oh, Mann, ich habe nie mehr meine Zeit zum Frühstücken. Mama, kommst du kurz? Ja, natürlich. Schleifst du das denn? Mama, Herr Julia, bitte, 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 bitte heute hier schlafen. Bitte. Maggie, die hat doch schon letzte Woche hier geschlafen. Bitte. Aber wir sind auch ganz leise und wir wollen auch nur Babyblocks vergucken. Ja, so wie letzte Mal, ne? Da wart ihr auch richtig leise. Ja, bitte. Ja, okay, ausnahmsweise, aber nur, wenn ihr auch wirklich leise seid. Dankeschön. Mama, Julia schläft heute hier, ja? Ja. Okay. So, das war es jetzt auch schon mit dem Video. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und schaut auf jeden Fall in die Infobox für Julias Video, denn da haben wir noch weitere sehr coole Szenen aufgedreht. Dann findet ihr unter mir meine Social-Media-Seiten, über mir mein letztes Video und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.